Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt's man 1 gegen 1 mit ganz speziellen Riegeln. Die erste Regel ist, wir haben nur 3 Inventarslots. Einmal mit einem goldenen Revolver mit Zielfernrohr. Einmal mit einem Infanteriegewehr das blau ist. Und noch schöne rostige Dosen. Wir haben eine Schwerkraft die nicht zu überbieten ist. Wir haben die Regel nicht zu zielen und zu aller guter Letzt. Have fun. 3, 2, 1. 1. Ja. Ähm, geht's mit dir? Na, das ist okay. Nur, dass man ein übelst easy over bilden kann. Oh! Oh! Die sind schon sehr nah aneinander. Und wie gesagt, man darf nicht ziehen. Jetzt! Jetzt! Ich hab übrigens die Waffen noch ein bisschen stärker gewonnen. Das heißt, jeder liegt dem noch ein bisschen stärker. Ach! Ja! Pff! Das blöde ist, wenn ich eben da so... Ja, eben. Das ist ja mega dumm. Ja! Ja! Noch nicht! Achtung! Er macht immer Bauhöhe! Ich weiß! Oh mein Gott! Wir dürfen selber zu unserer eigenen Gefahr nicht zu tun. Ich habe sogar einen Grenzen, weil ich habe keine Gedächtung gegeben. Ich habe jetzt eineregelung kap challenges dadurch. Ich habe eine Million gew었anth CHAde! Was denn ich bekomme? Ich habe eine Eracht eeniawelle, eine Musik bei ihnen habe Guardian Hier bin ich auf dem Straco. Ich habe ein Schubbeege смотрiert. Ich habe eine Schubbe Ant semester. Ich habe eine Schubbe "-an diametre zusammen im solche économique Musicende die ich will jetzt also wie schon jetzt hast oder pc gabst du ja ich habe nicht kein schuss jetzt da uns gleich totes gewinnen ist jetzt wie viel hopp 112 ja er versuchte ich will auch nicht verlaufen nein kommt ja auch schon jetzt doch die dose hat mir was geholfen nein auch so laut Ja, der Geist kommt hier. Ja, drei habt ihr. Ja. Was hast du gemacht? Nein, ich hab dich abgeschossen. Oh mein Gott. Ja, was die Kehle nicht passiert. Ich bin der Peerstens. Das geht doch so, oder? 513. Ja. Okay, es geht einfach weiter. Der hat er zuerst 30, glaube ich. Ja. Oh, ein Hitschutt! Ein Hitschutt! Noch nicht? Oh mein Gott, ich hab ein Hitschutt. Wie viel hast du? Ein Hitschutt. Nein, ein Hoppe! Nein! Kein Hoppe! Nein, nein! Kein Trickshot hier! Nein! Ich hab 300 HP, alles gut. Nein! immer weitergehen. Oh mein Gott, das ist die Regel. Ich glaub, dass mein 5 HP Schaden bekommt, ist so dumm. Aber das ist so wenig, aber im Endeffekt ist es die Flieger. Doch, ja, ja, Hitsch! Doch, doch, doch! Okay, es steht eins zu eins. Ich werd ja auch nicht count sein. Ja. Hab ich nicht noch gebrochen, ja. Hast du nicht. Jetzt! Noch nicht! Oh mein Gott. Was fängt dann? Ja, noch nicht! Doch, doch, doch! Noch nicht! Noch nicht! Boah! Ich finde das nicht gut. Das ist auch irgendwie nicht mit der Meck-Ding. Ach, scheiße, nein! Es hängt mit mir. 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 Oh! Egal! Scope-Devolver! No scoping! Nein! Nein! Oh mein Gott! Noch noch ein Hit! Noch Hitschut! Yo! 2 zu 1! 2 zu 1! Wie viel HP hattest du? Ich hopfe davor! Echt, du bist gut? Wie hattest du davor? Ich muss von dieser Aufwand sehen. Was macht das? Oah! What?! Was macht das? Yo! Ach du Scheiss. Er ist das Kopf. Wetter, mal. Was? Mit?! Fett-Shot? Komm jetzt! Du musst jetzt liegen doch einfach! Ich muss den Sieg einfach für dich abgeben. Dann wird es spannender. Wer am Ende gewinnt. Oh, der Stock. Nein, nicht zurück. Ah, 2 und 14. 2 und 14. Noch mal getroffen. Wie viele waren die ersten? 140. 35. Jetzt. Ich hab irgendwie so 2 HP oder so. Nein. 22. Äh, 2 zu 2. 2 zu 2. Okay. Der letzte Kampf. Best of me. Und nochmal. Zweimal gehittet. Nach einander. Noch einmal gehittet. Und jetzt. Da sind wir ja fast schon hinter der Tasche. Nee, leider nicht. Komm. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 4. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 6. 10. 10. 11. 9. 10.